hallo und herzlich willkommen zur 27 folge rade mit dem looki schlucki mit 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 nicht katharina und mit dem blitzer die zahl genannt warum blitzer da war ich bin auch dabei nein doch ich meine beiden selber fast umgehauen ich habe nur ein zweier stapel aber trotzdem so philipp und jetzt hat immer schön genau jetzt hast du noch einmal zurück tschuldigung natürlich aus dem konzept bringen und dann fährst du von immer unten immer schön die bahn hoch und runter alles klar glücklich muss er sagen ich bin erstaunt dass er fände so vom gewicht her und allem ohne probleme packt entfängt egal was solltest du wissen welcher fand ich wollte gerade sagen weil du hast ja vorhin noch gesagt das sind fans das größte das beste das wichtigste ist weil es ist ein kleiner würde er auch du glaubt mir wenn es einer packt und dann der fände ja das schon kritisch deswegen hat er letztens so komische geräusche gemacht hat sich ein gewicht von luke dran gegangen haben gewicht von luke was ja ich habe luke gewicht und dann halten von gewicht dran lang das so ich wusste gar nicht dass du sie mal gewogen hat luke verhandelt sich wiegt muss ich dabei stehen weil sonst sieht er die zahlen nicht mehr da ist die waage überhaupt aus ich will nicht sagen aber dumme frage dumme frage warum sinkt das niveau schon wieder so maßlos in den keller also nix dass mir das niveau hier nicht gefallen würde so aber warum schon wieder so maßlos um auf deine frage zurückzukommen wir haben so eine traktorwaage da konnte ich ja ah ok gut dann ist ja ich denke wir haben sogar wirklich eine wie viel hat man da drauf 40 zahlt die vom kälberstall die habt ihr eigentlich gesehen aber die ist irgendwie 15.000 irgendwie hingebracht worden und gekauft und alles mögliche und irgendwie bis jetzt noch nicht einmal benutzt worden du kannst ehrlich ich komme vorbei hol sie ab und verkauf sie auf ebay aber ich will dafür nix zahlen gell und den anhänger der da rumstand nehme ich auch noch mit welchen ja nicht den kleinen ja welcher der der beim kälberstall davor stand so ja ok ich habe nur den und den komischen pferdeanhänger gesehen oder den vieranhänger daneben stand auch ein riesiger aber ja der ist ja nicht fürs auto ja deswegen frage ich ja welchen du willst ja nicht den kleinen ja til du bist du unser missstreuer oder was also du kannst ehrlich welche marke der missstreuer der missstreuer der ist kein missstreuer der wir transportieren nur immer misst damit deswegen nicht den missstreuer achso der eigentlich nur ein ganz normaler achso nur ich mach da nix anderes außer miss von a nach b transportieren also ja es hat trotzdem kein missstreuer anscheinend schon lokalen glaub mir du kannst hinten eine funktion noch dran bauen nur wenn du schon mal in dem auto gepennt hast das ist doch nicht gleich ein wohnmobil das ding hat möglich wirklich hat zwei mobiles und ja ich hab schon mal im golf geschlafen für eine für eine stunde weil ich auf dem kollegen gewartet habe das ist doch mal wenn man eine scheibe gekloppt hat oder was nö die tür war ja offen ist ja der türschloss kaputt dank den guten herrn tüff riefer ja ohne profil oder was da weiß ja nicht was er getrieben hat ich hab das auch so zum tüff gebracht hat alles funktioniert bis auf das was er bemängelt hat und da war gegen die tür nicht mehr zum zusperren ja ja ei 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 du bist komische geräusche von dir warum das ähm okay ich hab's geschafft ich hing grad nur auf der silo mauer also aus wieso weshalb warum weil ich umgekippt bin er gibt nicht um das ist ähm staub von dir loki ei 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 falscher gang dann schall deine runter hey vielleicht soll ich mal rückwärts fahren dann fährt vorwärts in meine beine rein äh noel ich hab die die fertig waren mal kurz raus gestellt die stell ich nachher wieder rein direkt nach vorne ne ja nur dass du weißt dass du direkt weitermachen kannst mit die lade post andere frage wo sollen die mähwerker eigentlich hin weil die stehen da echt beschissen in der halle wo der ladewagen steht da passen die dann da passen die rein ok dann stell ich die da nachher hin was soll ich dann danach machen äh du kannst ja eben kurz mit dem bulldog zum feld fahren wo ich drauf unterwegs bin und die kippe eben kurz mir aus der bahn fahren dann und wahrscheinlich philip abtanken und dann kannst du du hast du auf das 37 die holbein schon eingesammelt dann noch nicht dann kannst du das dann noch machen wer wollte das machen was weil nicht der fkd am besten der hat gerade besser was zu tun ich kann ihn ablösen ne der macht und der macht es gerade aus und hat mit GPS das passt schon hat äh Luki gerade was zu tun ja das ist in der Ecke ok also du kannst ruckzuck mal eben schnell mit dem kippen mit dem bulldog hier runter flitzen und die kippe anhängt die felsen ein das nicht ganz ja es geht nur darum dass die kippe aus dem weg gefahren werden also weil ich keine lust hat die im kummer die ganze zeit abzuhängen es geht auch für welche im feld noch gar keine stunden wirklich drauf gefahren hat er der ist 2,6 stunden ist ja noch jungfräulich ist ja noch jungfräulich ich bin müde der schlaf war dann nicht ballert hart von 3 Uhr bis 36 war aber doch nicht so ganz mein Ding ist ja auch wenn fast in der Fahrschule eingeschlafen das war echt hart ich bin kaum noch halt da hab ich ja ein Handy so in der Hand und lass sogar mein Handy schon fallen mhm jetzt hab ich immer den Bus das ist auch scheiße du dann werde ich ich bin an dem Zug aber dann hab ich nie Handy dann bin ich halt wirklich dafür vorbereitet bis ich gleich einfache ja an sich schon also ich hab mir halt ja ich bin ich bin auch immer wo ich noch mit dem Bus in die Arbeit gefahren bin dann hab ich ja auch immer im Bus gepennt hab ich der Busfahrer immer bei der Endstation geweckt weil da musste ich auch steigen war richtig eingenehm eigentlich ich hab immer so gepennt dass der Busfahrer mich sieht und ich einfach wieder weiterfällt und dann hat es gepasst Flo ich hoffe du bist in einer Minute da ich bin unterwegs du bist zu weit gefahren ich hab's gerade gemerkt warum wundert mich das nicht weil ich auf mein Handy geguckt hab du darfst während der Fahrt nicht am Handy sein weil ich trotzdem du hast auch nicht meinen Führerschein du darfst noch gar nicht aufhören der Fahrt auch Handy sein ja also das Handy ist dann wohl mein geringstes Problem oder mein Handy glaub mir das macht dir trotzdem zusätzliche Probleme ja aber ist trotzdem dann mein geringstes glaub mir das Handy am Steuer ist teurer als dass du ohne Führerschein fährst weil das keine Geldstrafe ist einfach nur eine Führerscheinsperre ja aber die kostet dir ja nichts damit würde er sich ja sogar Geld sparen weil er kann ja kein Führerschein machen das stimmt voll das war abgemessen das war abgemessen kannst du weiter zu fahren Mensch du ich drück dich weg wenn du gegen mich wärst ich sehe das ganze aus der Scherlentfernung man das ist nicht schön ja seid dumme leid das ist gut kein Stückchen davor und ich kann dich beladen aber nein ich fahr mein Rohr nicht aus ich kann dich beladen ich will aber nicht du Flo ich gebe dir einen Tipp wie wäre es denn du die Plane aufmachst ein Stückchen zurück dann könnte er dich beladen aber warum macht das zwei Sachen ich will nicht sagen das ist schon ein geiles Blitz mit uns drei hier aufm Feld ja das ist gleich alles aber wahrscheinlich nicht geil und wisst ihr was ich gerade vergessen habe richtig ein Soundteil zu machen ich hätte auch noch ein Bild auf Lager eine Welt von mir von mir warum sagt denn eigentlich keiner dass die Zeit auf 1,5 steht äh leid weil es mir nicht aufgefallen ist mir schon aber ich weil ich nur die Begriffe das falsch ist ja warum aber klar dass das denn von Luki kommt ich bin ja wenigstens ehrlich ja das heulich ist das heulich ist ich glaube die anderen zwei sind auch ehrlich weil die halt einfach dann wahrscheinlich drauf achten ja ja eben was interessiert mich die Zeit du jetzt müssen wir leider noch mal verfolgen dranhängen weil wir haben ja nichts geschafft in der Zeit stopp ja das nächste mal wenn die Zeit nicht auf 2 steht in den Kommentaren steht auf der steht auf der ja das Problem ist sie können sie gerne in die Kommentare reinschreiben das bringt mir ja trotzdem nix ja soll wir fortproduzieren ja ne selbst das bringt ja nix weil wenn sie es in die Kommentare reinschreiben ist es ja schon zu spät da standst du ja schon auf dem Kopf ewig ja das versaut ja flog ja ich hab die Matze haben nicht wiederbekommen nein wir nein wir haben 100 ja ich frag ja nur ich hab mich grad so erschrocken ich hab nur eins ich hab mich grad nicht so erschrocken weil bei mir auf dem Tisch noch die positiven Tests von vor auf 4 Wochen oder so rumliegen bin ich definitiv so fuck hab ich mich getestet bin ich positiv warte was das tut schon weh das hier da gerade ihr Händchen ist ein bisschen ausgesetzt das hat es nicht gepasst also Flo habt ihr die doch wiederbekommen ja ich hab da eins ja 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 das würde ich jetzt auch sagen ja siehste weißt du schon hört sich die nicht wieder auf ok ok und ich fahre wohl an ja moin du vielleicht sagst du auch dass du das ist von hinten das du hast eigentlich eine 6 das passt schon eher zu dir ja wäre nicht der erste so schlecht bin ich jetzt auch noch so gut für die 1 aber auch nicht also 5 wäre schon dringend gewesen gut selbst nicht 4 ist noch nicht was macht was für mich ich will nicht sagen wisst ihr was absolut unrealistisches was das für eine lehrerin haben in einem fach die immer so ist das jetzt schon drinstehen in dieser woche am 27 4 also behördengängen und die seine 24 35 wir arbeiten wir sind die 20 ist immer morgen wie kann man nein das ist so unrealistisch ist dass der Oberlenker vorne eigentlich zum verdrehen ist also fest und der Wille ist der einfach auf Schwimmstellung ist muss ich die ganze Zeit ein und ausfällen und das ist halt schlecht weil da müsste jemand draußen stehen der die ganze Zeit die Kurbel hin und her dreht aber laufer mit aber wir haben tatsächlich eine Kundschaft die hat den Oberlenker vorne hydraulisch Oberlenker vorne hydraulisch ist einfach geil nein doch nein weil du hast damit nur du kannst damit beschissen anhängen weil du brauchst schon zwei leute weil einer auf dem Bulldog sitzen kann weil du die nicht von außen bewegen kannst weil du das Steuergerät vorne nicht von außen besitzen kannst aber nur hoch und da der Mann hat den E-Pinu Scheißer ey sag mal bist du lost warum solltest du in der Front unser Lohnunternehmer hat vorne und hinten für außen für Steuergeräte sicher ja du kannst das Ding ein und aus fahren und er hat nen Fendt den Fendt jetzt nicht da hast du wahrscheinlich den Haken ich sag mal so ein hydraulischer Oberlenker da vorne ist absolut überflüssig weil du den eh nicht brauchst aber äh kommt auf die Arbeit an sag mal die eine Arbeit wo du wirklich nen hydraulischen Oberlenker brauchst Forstarbeit was Forstarbeit wofür brauchst du da vorne nen hydraulischen Oberlenker frag ich mich grad auch weil du dann vorne das bedienen kannst was du eigentlich hinten bedienen würdest und dann einfach vorwärts fahren kannst das wäre aber absoluter Quatsch Alter das einzigste was du weil was du im Forst vielleicht vorne anhängst ist ein Mulcher weißt du mal ja und Mulcher stellst du auch einfach einmal ein und fährst einfach kommt auf den Mulcher an es gibt Mulcher die du vorwärts und rückwärts fährst und in gewissen ja aber dann würde man wenn man eher in Sonne gebieten will ist würde man sich ein Serium mit drehbarer Kabine oder halt ein Fan mit drehbarer Kabine oder Drehbahnsitz oder ein Schlüter mit Drehbahnsitz es gibt glaube ich nicht einen Fanvertreter der hier in der Nähe ist ja weil ihr alle kein Geld habt für Qualität aber Leute in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen bis in der nächsten Folge bis dahin Servus Tschüss ich